Die Woche wird eine neue Aufnahme. Fuck. Da ist ein Pilz drin. Links. Egal. Ich peile auch. Okay, ich will jetzt einen Aufnahmestopp. Kratz und Bosse. Kratz und Bosse? Nein. Du kannst... Ah ja, okay. Ins Pilzhaus, richtig. Und mir den dritten Maschbeanzug von diesem Pilzhaus holen. Von diesem Pilz aus. Pilz. Pilz. Jeppem, Alter. Du verarscht mich ja gar nicht verarscht. Ich dachte, du verarscht mich jetzt voll. Nein, nein, nein. Aber leider nur zwei. Das geht meist nur direkt komplett. B drückst du die ganze Zeit und kriegst oft einen Pilz. Okay. Das spricht sich so rum in der Gamer-Szene. Bei der du nicht drin bist. Jetzt komm ich wieder hoch. Machen wir mal Level 1 nochmal. Wie Level 1? Das, was ich... Warum bin ich mit Absicht jetzt? Ja, ja. Ja, Leute. Mir macht's Spaß. Fies auf die Schmerzen. Timo, wie sieht's aus? Scheiß, schwul. Ich glaube, ich blute. Aber mach doch einen Druckverband, wenn es viel blutet, oder wenn ich jetzt Druck ausübe auf deine Schulter. Ach, was für ein Arschloch. Ohne Scheiß. Boah! Siegel der Lange, Alter. Oh, ich will dich nicht haben. Die machen dich nicht tot. Aber die tun mich nicht... Der kann ich nicht immer gescheit lenken, glaube ich. Du bewegst dich schleppend vorwärts. Ich brauch dich, ich brauch dich, ich brauch dich, Bastard, Alter. Okay. Ich weiß, das Kabel durch meinen Schrecken. Stromschlag? Ja. Ich verstehe nicht, dass ich... Da ist mir irgendwas drin, mach das bitte. Komm schon bitte. Aber warum machst du's echt? Boah, Leute, ich brauch jetzt ganz dringend eine Aufnahmestopp. Ja, weil ich dich nerv. Auch, ja. Mir reicht's für heute. Nein. Also, Leute, jetzt mach ich nochmal Level 5 geschwind. Und danach das Pilzhaus. Ah! Ah! Du versuchst nochmal jetzt. Ja, von mir aus es einmal geht noch. Ich hab eben bloß noch ein Leben. Wenn ich jetzt sterbe, darf man alles nochmal machen. Kein gutes Ohm, ich hätte einen Powerfehler nehmen müssen. Dann darf ich nicht, ich darf nur das eine Lille nochmal machen. Ja, du ja, ich muss nochmal alles verfolgen. Ja, ja. Versuch nicht in die Röhre zu kommen, doch bitte, komm, ich will wissen, was da drin ist. Bleib da stehen. Achtung. Feuer. Ruhm. Geh rein. Kämpfe rein. Boah, ich bin krass. Boah, da ist ein Waschbillanzug. Ja, fett. Kann ich den gleich anziehen? Oh ja, geil. Rund und A, gell? Äh, nee. X. Hä? Das und das? Ja, man muss zur Erklärung sagen, mein Bruder hat keine Beschreibung mehr. Das ist die B-Taste, das ist die A-Taste. Das ist die X-Taste und das ist die Y-Taste. Ja, ich bin ein Scheiß-Controller, wo alles abgenutzt ist. Bei deinem Controller macht nichts. Fehler ist fast genauso gut. Äh, du kannst halt nur nicht ding. Und normale Fehler. Du kannst halt nur nicht ding. Ich ding themselves. Pilz. Nicht reinrennennennennennennennennennennennen. Mental Anguish. Ist ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Habe ich sehr geliebt. Und Melt Face auch. Gefällt mir auch sehr gut. Dön is n Karten. Das ist kein Spiel. Das ist ein Kartenspiel. Ja. Und BÄM! Boah, ich bin so viel lieb von den Dinger, Alter. Benutze halt mal was davon. Nein, wir machen die Welt noch Ende. Außer wir gehen wieder... Guck, es funktioniert immer. Ja, lass mir mal so ein Scheißding. Ich hab schon sieben Leben, aber ich geh so ab, wie so ein Abkehr. Du hast acht. Sieben. Achso, jetzt wieder sieben. Mit sieben Leben in Welt 7. BÄM! Sagt meine Zeit zwischen sechs und sieben. Sieben. Dürft's. Oh, wie es verzarrt war gerade. Was geht mit der Nintendo ab, Alter? Der ist alt. Der ist älter wie wir zusammen. Nein, will ich nicht. Was? Der ist älter! Jetzt kommt er mega weg. Der ist älter wie alle unsere Zuschauer zusammen. Das könnte eventuell hinhauen. Wenn der Zuschauer nicht gerade 34 ist. Wow, Drecksau! Wow, Drecksau! Oh, oh, oh. Zu schreien, ey. Das wird man brutal. Ja, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Das tut mir leid. Das muss man schreien. So habe ich zwei Leben. Das hat jetzt natürlich keiner gehört. Warum? Die gehen hoch, wenn du drauf gehst. Ach, nee, runter. Nee, hoch. Ich habe ich jetzt vom... Ach, ich habe keinen Bock mehr auf! Wie ich Super Mario Wii Let's Play geguckt habe, da sind die Viecher auch. Ich gucke zu viele Let's Plays. Schon mal gemerkt? Du guckst zu viel, nimmst zu wenig auf. Alter, der Druck, der Druck... Ey, du machst selber auch nichts! Nicht anfassen. Zu spät. Spiel, damit ich ausmachen kann. Oh, Alter, die Rechtstaste aus der Hölle steckt wieder mal zu. Oh, wie ich den genutzt habe. Kleine Bastard. Alter. Da ist was drin, ich weiß es genau. Boah, abgehe. Wenn jetzt gleich das Ende kommen, dann kürzt es sich ab. Ich dachte echt, es kommt zu Ende, aber es sah gerade aus so. Boah. Geil. Boah, da will ich gucken, was der Kugel hat. Da geht es doch irgendwas... Ah! Ich mache jetzt auch... Nein, 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 nein. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Noch einmal. Du noch einmal, ich noch einmal. Boah, ich habe immer sein Leben jetzt noch. Plus, plus eh noch. So ein Spaß, der hat es geschafft, ey. Da war bestimmt das Ende danach, aber nein. Spacko, aka Florian, spackt rum und dreht den Swag auf. Die Fresse, alter. So leicht, das kann meine Oma, ey. OMA! Mach mal, mach mal kurz. Oh, Timo schaust nicht, mach du mal kurz, komm. Und der Kollege schreibt bei Facebook, wuhu, ich habe endlich, ich habe jetzt eine Wii. Der hat ja auch her, super. Mit Wii Fit Plus und einem Balance Board. Ach so, der Ex-Wil, wenn er keine mehr hat. Das glaube ich dir sogar. Demo, da war es Ziel. Bei mir war es gleich. Wir hätten beide Levels schon geschafft gehabt und jetzt bist du came over. Egal, weiter geht's. Das geht ab. Ich drehe den Swag auf. Ja, drehe ich den Swag auf. Jetzt pack das Spielschirm. Guck mal, wie verpackt es nicht. Ich pack die Sprites von der Welt übernommen. Ja, man. Guck mal, jetzt bin ich so, ich bin, jetzt, alter. Ich spiele jetzt einfach, weil du keinen Bock machst, mache ich jetzt so lang, spiele ich Mario, dann wieder Luigi, dann wieder Mario, bis ich einmal mit irgendeinem von beiden verreckt. Dann machen wir aus. Aber ich werde nicht verreckt, weil ich so im Flow bin. Guck mal, ich schwarz da kurz durch. Die Speedrun, soll ich mir mal einen Speedrun zeigen, alter. Kein Problem, bin doch eine alte Speedrun-Sau. Mach schneller wie du, Rekordzeit, alter. Na, was willst du, Lakitu? Denk ich, ich habe Angst vor dir. Oh mein Gott! So, controller, Timo. Nein, ich bin dran, fingerig. Ich dachte, du willst schnell mehr. Ah, die Klappe. Okay. Ach, die drei, vier, acht Level. Du kannst doch immer Schloss, du brauchst gar keine Level machen. Ey, ich glaube, du hast das fucking Schloss nochmal machen. Oh, wie schwer. Ja, aber es kotzt mich jetzt schon wieder an, ey. Was auch nicht gut ist für die Aufnahme. Wir können ja eine Aufnahme Pause machen. Wir müssen ja nicht direkt für heute Schloss machen. Ja, was sag ich? Ach so. Ich brauch eine Pause. Ja, du sagst, ich hätte es dir für heute sein lassen, sagst du die ganze Zeit. Nein, nur eine Pause. Ach so. Ach so. Boah. Was hast du schon halber gesagt, du schaffst jetzt. Kollege, ob mir jetzt so auch geht, was komm ich so ruhig. Ich schneide wieder ein Spiel an Läsch damit ab, über... Diesen Controller, weil das so schlecht ist. Und deswegen du gerade gestorben bist. Okay, ich mach doch Schuss, Freddy. Oh. De, 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 de. Oh. Ja, ich trink gerade was. Du musst doch die scheiß Flöte, ey. Oh mein Gott, er trinkt in der Aufnahme. Das ist ein absolutes No-Go. Ich bin krank, ich muss viel trinken. Döle. Denk dran, die schießen nicht gerade nach unten, Frau Jan. Oder nach oben. Boah. Boah, physikalisch unmöglich in die Luftzoo zu lenken, ey. Ja, nee, mach mal. Pause. Und dann können wir ja gucken, ob wir einen Stopp machen. Also, vielleicht zieht man sich, vielleicht auch nicht. Also, man sieht es hier auf jeden Fall, aber... Man hört sich. Man hört sich. Ihr hört uns. Ihr hört uns, wir euch nicht. Aber wir würden euch auch gerne hören in Form von Comments. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.